Norddeutscher Rundfunk 2021 Jo, jo, jo! Willkommen bei der Familie Shakir, Haji. Sag mal hallo. Jo. Hallo. Wir sind voll laut. Ich hole dich wieder ab. Es gab eine Explosion, fangen Sie weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorn. Gingang! Hey, die Wurst! Oh, Gott! Lüri! Als Sie sich bei den Todesopfern um Ihren Mann mochten, hat er Feinde. War er ein Muslim? Bitte? Sie wollen doch auch wissen, wer Ihre Familie getötet hat. Es ist nur eine Türken-Gegend, wo das Büro von meinem Mann ist. Doch, da war eine Frau, die hat ihr Fahrrad vor seinem Büro abgestellt. Das war eine Deutsche. Ich war so deutsch wie ich bin. Du hast recht gehabt. Es waren Nazis. Die Bullen haben die Täter erwischt. Ich die Fingerabdrücke der beiden Angeklagten. Haben Sie noch weitere Fingerabdrücke gefunden? Also eine weitere tatbeteiligte Person. Ich möchte, dass du morgen zu Hause bleibst. Warum? Das könnte hart für dich werden. Mein Sohn verirrt Adolf Hitler. Was mein Sohn getan hat, ist Brusthaft. Stellt Ihnen, der Polizei sagt er, dass wir was bei dir gefunden haben. These are my friends. Have you seen them? I don't know these people. Sie das? No, I don't know. Was ist das hier für ein Symbol auf dem Banner? Bringst dich doch nur in Schwierigkeiten. Nein. Stell dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Nein. Und Nuri hätte überlebt. Nein. Der hätte das ganze Geplänkel nicht mitgemacht. Nein! Ich will hier in Schwierigkeiten! Nein! Die werden ihre Strafe kriegen. Das schwöre ich dir. Das schwöre ich dir. Das schwöre ich dir. Ich will hier in Schwierigkeiten. Ich will hier in Schwierigkeiten. Hallo!